Hallo polnische Schweine! Heute spielen wir Sonic Forces. So, lassen Sie uns beginnen! Ja, Sie dürfen! Ja, ja! Das ist gut! Ja, ja! Fuck! Ups! Freaking Juss! Nein, 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 nein! Fuck... Fuck's sake! Ja pierdole za każdym razu od początku! Kurwa jak! Oh, mein Gott, Sie Juss! Wtf? Wtf? Okej! Super! Chciałbym powiedzieć coś więcej po niemiecku niż Herr Hitler, ale... Aby wykonać tupnięcie! Jak to? Jak to? Słod komuś mi! Fuck's sake! Aja! Ich schnappe ihm eine Schachtel! Czy coś tam! Oh fuck! Oh! Oh fuck! Oh fuck! Oh, no! Oh! 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 Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich dachte schon alle hätten mich verlassen. Ich fühle mich geehrt, Knuckles. Ja, ich fühle mich geil, Markus. Ich habe mein Führer. Dr. Eggman hat eine Waffenfabrik in Green Hill, wo munition den Krieg herunter. Eine Fabrik? Oh, Reiche. Ich bin sicher. Aber es gibt genug Leute. Kannst du das übernehmen? Die Fabrik in Green Hill muss zerstört werden. Nimm den Rekruten mit. Bist du sicher? Ich habe auf dem Defekt nur ein zitterndes Häufchen Elend gesehen. Im Weltraum ist es eben kalt. In der Fabrik ist... Ich habe sechs Monate nach Heimzahlung auszutailen. Das wird ein guter Anfang. Ja. Das war bestanden. Giego Böde! Wir werden es nicht mehr als un receites. Die Neuerze cafzeichen ist in der Pyramide. Ich kann Verstärkung schicken, wenn ich allein in die Überbrückung hier bin. Ja, zu sein Arbeiter. Ah, man muss es nur wieder dauerlich X, da. X, da. Okay. Okay. Das war. Zabijать Żydów. Pierdzele, nie. Zdejmuj mi ten filmik. Chyba to wytnę. M. Jej. Mimo review. Kurwa, kurwa. Szybciej. Wow. Kurtka. O nie. To muszę dodać. Szybciej z nim. A co? Co? Chcemy. 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 Das ist wie Rache funktioniert. Wow. Cool. Mimus. Ah, nein, cool. Das war nicht Teil eines Planes, aber es lohnt sich immer Helden zu besiegen. Das schreckt die Andere. Nimm ihnen ihre Hoffnung. Glaubt das alles jemand außer dir? Gute Arbeit, Silber! Jetzt übernehme ich! Na, sieh mal. Du, 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 du. Du stinkst nach Furcht. Ich habe dich also beeindruckt. Das ist nicht Furcht. Ich bin den ganzen Weg hergerannt. Und du hast mich nicht beeindruckt. Ich weiß nichts über dich. Nicht einmal wie du heißt. In der große Zeit bin ich bleiben. Kannst du mich infinite machen. Großartig, siehst du infinite? Jetzt lernen wir uns kennen. Was ist deine Leasingfarbe? Magst du romantische Spaziergänge am Strand? Bulle did – Ich bin mein Mann, mein Mann, und ich keine Wurzeste! Ich bin mein Mann, aber ich bin mein Mann, ich bin mein Mann, ich bin mein Mann! Dein Mann ist zwiebeln. Was ist das? Oh, oh, oh! Sonny, alles klar? Oh, oh! Co to za gówno? Dajcie mi z powrotem! Bobrą muzykę! Du zaufelst also immer ksej! Ich, cały czas się czuję, jakbym był w j***nej dyskotece. Sag mal, weißt du, was ich hierzu? Komm! Wypierdalać mi z tymi zjebanymi ilemi ksami! Znajdźcie mi oryginał! Jezu! Więcej was matka nie miała? Nie, nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Wemith, wy dimensions w Wie erwartet. Es lohnt sich nicht einmal dich zu töten. Aber jetzt bist du hier, als ob die Welt einen Zawik braucht, irgendjemand, um ihn bei uns zu bleiben. Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Und wenn wir das Geheimnis deiner Macht lüften, kommen wir vielleicht wieder nach Hause. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Schnell, hide the Jew!